hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kanalvorstellung heute geht es über den kanal slager one so bin auf der übersicht schauen wir mal erster eindruck sieht sehr gut aus schönes foto hier drin auch ich glaube das ist von skyrim hier rechts und links das ist von war wenn ich mich nicht irre hier unten noch slager one on facebook google plus 70 abonnenten aber da gehen wir gleich drauf ein schönes profil foto slager one panzer auch im hintergrund sieht sehr gut aus gut dann gehen wir mal auf die kanal info ich lese euch mal vor hey was geht leute des komischen geschmacks willkommen auf meinen kanal slager one was erwartet dich hier auf meinen verrückten kanal let's place gameplays daraus ergibt sich letztes gameplay vielleicht bisschen musik und ganz ganz viel minecraft war vor allem was eingestellt ist world of tanks vielleicht später wieder launelust und so weiter vergangen vielleicht wollt ihr auch ihr mich unterstützen mit likes kommentaren und gute laune beim schauen meiner videos schaut auch auf jeden fall bei meinem bau vorbei schaut euch auf jeden fall die reizende damien vorbei und auch auf jeden fall bei sterea tv slager one out out sauer also die hier mit bohr vorbei das sind die links also zu der seite wahrscheinlich andere kanäle die er kennt sieht sehr gut aus finde ich auch eine gute sache dass man sich untereinander unterstützt mache ich auf jeden fall auch und werde diesen kanal überall rein posten sieht bis jetzt sehr sehr gut aus wir schauen natürlich auch gleich mal rein dann findet man ihn noch seltsam und facebook und bei google plus er hat 70 abonnenten 3334 aufrufe und beitritt am 19 8 2013 ist auch schon ein bisschen dabei also hat auf jeden fall auch schon erfahrung ja sehr schön dafür so viel dazu jetzt gehen wir zu der playlist aber schauen wir mal rein was er so hat positive bewertung dann give away intro contest musik auf eigene art world of tanks vorerst eingestellt 32 videos davon also wenn man schon mal einen kleinen einbrick haben möchte auf world of tanks kann ich hier nur sagen einmal reinschauen war vor ihm folgen minecraft folgen skyrim folgen ja da ist das bild skyrim ist ein sehr schönes spiel intros zehn stück nightcore metal rock und dubstep house old school und musik auf eigene art old school also das war noch mal genau von den let's play mit dabei gut dann würde ich sagen wir schauen einfach mal irgendwo rein was nehmen wir denn da gehen wir auf war vor ihm oder hört sich gut an hey was geht freunde des komischen geschmacks willkommen hier auf meinem kanal slager one am stadt und willkommen zu einer weiteren folge warfilm ich begrüße euch alle herzlichen hoffen ihr habt alle gute laune nach diesem beschissenen tag der sich montag nennt ja heute wieder eine warfilm folge wieder 15 minuten rush time mit guter musik am start von monster cat diesmal ja ja hört sich sehr sehr gut an schönes intro muss ich sagen gefällt mir sehr gut die stimme alles die qualität ist auch ich schaue sofort nach bis zu 720 also hd ist auf jeden fall sehr sehr gut ja da kann ich ja gar nichts anderes zu sagen als dass es mir gefällt dann schauen wir mal videos ja die letzten waren hochgeladen vor zwei tagen vor drei tagen vor fünf tagen vor einer woche also wird fleißig auch hochgeladen klicks sind auch gut ja sauber auf jeden fall also das intro gefällt mir sehr gut auch die musik dabei sehr schön jetzt gehen wir noch mal über die übersicht da haben wir die uploads dann haben wir minecraft folgen war von folgen und skyrim folgen also alles eigentlich aufgegliedert wenn man sofort sagen möchte aber nicht loslegen geht man hier unter ich mich gern war vor ihm gucken kann man sofort anklicken warum man hier suchen in der playlist wird alles hier gezeigt sehr schön beliebte videos auch noch mit drin finde ich immer sehr gut wo die meisten klicks angezeigt werden ja natürlich musik musik kommt immer gut an und intros kann man gar nicht anders erwarten ja unten auch noch mal musik angegeben sehr sehr schön ja dann gehen wir noch mal weiter durch was haben wir denn noch kanäle sind auch ein paar drin sehr bekannte stereo tv zum beispiel was haben wir noch schildzonen also jede menge dann was haben wir bei diskussion so schön ist ja hier wird auch geschrieben na die selbstgemachten intros ok kanalinfo haben wir durch gut dann gehen wir mal auf die übersicht dann gebe ich mal mein feedback also sieht sehr gut aus ich finde auch die qualität der videos sind sehr gut das intro ist sehr schön auch mit den sledge one hier oben mit den bildern sieht sehr vielversprechend aus und wenn ich jemand lust auf skyrim hat auf war vor allem und minecraft sollte auf jeden fall mal hier reinschauen und world of tanks zum beispiel wenn man hier wie die 32 oder 33 videos schauen möchte kriegt man auf jeden fall einen guten einblick und natürlich intros und musik ja auf jeden fall ich kann die seite nur weiterempfehlen und ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten kanalvorstellung ich bedanke mich euer revano ciao